Willkommen zurück, Freunde. Bei einer neuen Episode von Rainbow Six 6. Wie geht das los? Nee, falsch. Ich bin ein Fernseher. Jo, geil, hallo, Mama. Leute, lass mal hier Maschinenraum nehmen, bitte. Okay. Nehmt ihr... Ja, mach Tachanka. Eine neue Aufnahme, Session Curry. Wir sind wieder gut drauf heute. Wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Wir nehmen jeden auf. Wir nehmen auch einen Kevin auf. Mehr Fernseher gibt's noch. Wir sind ESL-Clan, weißt du. Guck mal hier. Guck mal hier. Mit dieser hemmungslosen Werbung. Fronze! Fronze! Reste Sekunde, Alter. Ey, wir dürfen jetzt aber wirklich nicht verlieren, ne? Wirklich, mit Ü. Wirklich. Wenn wir verlieren, ist alles Schuld von Patrick. Ja. So. Fronze, du musst Westen legen, ne? Tobias Volkseier ist das. Ich kugel euch jeden Abend. Tobias Volkseier. Kugel dich auch jeden Abend, Kevin. Kugel mich mal jeden Abend. Kugel ist wieder High, Alter, ey. Ne, der Bronze, ey, du musst Westen legen, Bronze, ne? Wir sind beim Esel oder sonst was. Hä? Wir sind beim Esel. Okay, ich stell mein geiles Geschütz wieder hier. Warte, pass auf. Was müssen wir machen? Was ist gut? Wo der denkt man? Wir müssen... Oh nein! Wir können uns hier verpissen. Warum? Weil hier gar keine Bombe ist. Wir brauchen hier gar nicht hin. Bombenstimmung. Scheiße. Okay, ich pack wieder zusammen. Der pack wieder zusammen. Oh, der Motor hier ist echt laut, ne? Ja, krasser Motor, ne? Boah, hier ist super. Hier bleibe ich wieder. Hier, dann geh ich bei B. Äh, ich geh zum... Oh, nö. Geh ich bei B. Ah, ich geh bei B. Ich geh bei B. Hier ist die Kamera. Ah, da, genau. Sorry. Wo soll's denn jetzt mein Geschütz hinstellen? Am besten zwischen deine Beine in den Arsch. Soll ich mal mein Geschütz zwischen deine Beine stellen, Dennis? Ja, klar, König. Ja, das ist mir mein Problem. So. Okay, warte. Ich... Ich hab irgendwie überhaupt... Hä? Ich bin elf und euer größter Fan. Was war das denn jetzt, Alter? Ich geh schon wieder los, ne? Äh, ich bin elf und spiel bei Rainbow Six. Sind jetzt Ferien eigentlich? Ja, ne? Was? Ferien sind jetzt, oder? Ferien! Ferien! Also 2017, Sommerferien. Okay, ähm, ich bin, ich bin bei B. Ja, wenn du letztens... Ja, ich auch, König. Ich hab mir dann noch ne Folge angeguckt, da hattest du irgendwie so gesagt, Traum! Hä? Was ist denn jetzt los? Äh, das war schon lustig jetzt, ne? Ja, ja. Doch, war nicht lustig. Dann hätt ich jetzt schon fast... Hä? Nein, du spielst so ganz normal und auf einmal betont du das ganz anders. Passiert halt, ne? Äh, wen meinst du denn jetzt? Ja, der hat mich schon wieder versprochen. Ey, Tf, ich komme. Komm, ich komme. Das sind Schulte, Alter, so landen. Ich hab dem an sich, Alter! Was schreibt der denn da? Oh! Ja, geil, Alter. Weißt du, wie er wieder voll konzentriert ist? Da ist ne Granate, Leute, ne Granate, Mann! Ist das euer Ernst, Alter? Was seid ihr denn für Lobops, Alter? Okay, ich bin tot. Danke. Leute, hier, Action! Ja, weil... Ach. Ja, jetzt konzentriert euch ein bisschen aufs Gamefighter. Tf, Mann! Das sind unsere Chancen! Darmstadt! Was hast du denn gesagt, Patrick? Warum? Hä? Ja, was ist denn los mit ihm? Ja, geil! Das ist ein Sniper, das ist ein Sniper. Das ist nur, weil Dennis das nicht versteht. Äh, was ist los mit dir? Ja, toll! Setz hier ne Kamera hin, du Pimp-Kopf, Alter! Pimp-Kopf? So, ich hab ihn. Links neben mir ist einer. Ja, ich kann, ich kann mich nicht zeigen, weil ich nur ne Schroffel hab. Warum sind das denn vier? Weil das jetzt nur vier sind. Ist egal, Patrick. Ach, deswegen, danke. Boah! Boah! Hast du nen Herz-Sensor, Tobi? Ne, ne, ne. Ich hab irgendwas auf G, aber ich glaub, das ist nicht schlecht. Okay, Patrick, du hast den Gang, ja? Hast du den Gang? Ja, ja. Ich hab den Augen auf. Einer steht einfach da oben rum. Einfach im Gang oben. Seht ihr das? Okay, ich hab einen gesehen gerade. Mit seinen Beinen kurz da hinten, da hinten, in dem Gang. Ja, ich glaub nicht, dass die ESL sind. Der steht da einfach so rum, so, weißt du. Da kommt, da kommt ein Twitch oder so. Wer sagt denn, dass die ne ESL sind? Hat jemand sein Handy geschmissen? Ja, ich. Nein, der wollte sagen, der hat nen Esel gekauft. Boah, der schießt auf mich. Der hat nämlich im Blick. Ne, das war, ich hab auf die Drohne geschossen. Achso. Alles gut, Curry. Da, der zeigt sich doch die ganze Zeit. Ich seh das doch. Aber ich kann nicht schießen, weil der dann immer weg ist. Soll ich mal ein bisschen Stress hier machen? Nein, 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 nein. Wow, er macht erst mal... Wenn ihr bei uns klaren wollt... Hallo, wenn ihr bei uns klaren wollt... Abo signi, jetzt macht er sich wieder für Ende. Okay, Leute. Das ist echt so, 20 Dislikes schon mal scheiße. Ich seh grad nix, ne? Oh. Kevin, bist du tot oder lebst du noch? Ich, ich lebe, Patrick. Ich bewege mich hier, guck mal. Hier rechts. Ganz rechts, Patrick. Hier, hallo. Da bist du. Okay, Schild, ich hör ein Schild kommen, glaub ich. Da ist eine andere Treppe, Mann. An welcher Treppe? Schild oder nicht? Nee, das ist ein normaler, der ist der Träger. Aber ich hab ihn... Der Träger. Ja, wer labert der denn da, Mann? Ja, der will euch doch nur aus so einem Konzept trägen, Mann. Lass ihn, lass ihn einfach schreiben. Das ist das Ding. Psychologische Kriegsführung. Ah, fuck! Hä? Okay, okay, von uns. Von Patrick's Seite, glaub ich. Wieser! Von beiden Seiten. Von der Treppe oben, ja. Mann. Und da hinten einer im Gang. Boah, ein gutes Aiming. Ah, hab ich dein Ball getroffen? Tschüss! Hä? Okay, Ash. Hä? Deckung, Leute, Deckung. Pass auf, Tobi! Ab ein! Sehr gut. Ey, da ist einer mit de Falle gerannt, geil! Oder ne? Doch nicht! Ey, wieso hab ich 125- 14 Sekunden, 14 Sekunden. Bleibt defensiv. Nicht zeigen. Die müssen kommen. Ja. Oh! Der ist bei mir, der ist bei mir, Leute, der ist bei mir! Einer! Nein, Kubi! Das schafft ihr nicht mehr! Ja! Hä? Nein! Nein, Dennis! Alter, das gibt's doch nicht! Warte mal, war das... Wie... Alter, eine Sekunde, das kann doch nicht sein! Dennis, wakwa! Das kann doch nicht sein! In solchen Situationen müsst ihr den ausmuchen, oder? Oh nein! Wie kann das sein? Egal, komm! Ey! Das waren Fehler der Matrix! Und das! Wie los, Alter! So wie du hättest hinter dem Schilder... Ey, wurdest du eigentlich angegriffen, oder warum bist du gelaufen, Dennis? Nee! Der wollte ihn halt holen, aber... Du musst halt, äh... Gucken, oder? Rechenschreibung ist auch nicht mehr so... Boah, dass die die Runde jetzt noch geholt haben, Alter! Das war echt ein Witz! Na, Curry! Mach das jetzt! Aber... Ich habe... Ne, ich sag nichts! Ich sage das nachher! So! Freunde! Hast du... Hast du wieder ein Gefühl, dass die hacken, oder wat? Gar-City, Tobi? Heißt du hier echt so? Hast du mich? Nee, quatsch! Gibt's nicht! Ich wollte schon sagen... Wäre aber irgendwie geil! Gar-City! Gar-City! Wir reparieren ihre Heizung! Okay, ab! Nice! Patrick, super! Payzone LP, Mann! Hey, wo ist denn das? Okay, warte mal... Da, ähm... Also da, wo wir eben waren, dann die Treppe hoch! Patrick! Okay, okay, okay! Scheiße! Oh, ich bin falsch gefahren, ey! Geil! Ah, ich komm gerade auch nicht runter! Nice! Heeeey, Zett! Er zahlt immer mit dem Check! Okay! Oh Gott! Ich checke niemand! Zwei, ein... Aber wir haben nur, wir haben nur eine Bombe! Schön, schön! Ja! Das müssen wir eigentlich hinkriegen! Braut, so wert hat das Kit! Alter, der schreibt die ganze Zeit da in den Chat, ne? Achter doch nicht! Ja, lass ihn doch! Erdreicht! Hä? Was machst du denn das? Lass mal von hinten reingehen irgendwo! Ja, vorher klar bin! Okay, Special... Special... Special Elite-Kommando ist wieder unterwegs, Tobi! Wir haben oben von vorne alles zugemacht, aber wir könnten hinten diese eine Tür benutzen! Aber wir haben bisher... Wo ist denn die andere Bombe? Wo ist die Wurst? Hä? Hey, ich bin immer ein bisschen abgeschrieben! Hier, spreng mal da, Dennis! Ja, aber wir... Wir laufen noch zusammen rum! Wir haben noch die Schild-Taktik! Perfektioniert! Ich hab... Ja, ich hab mein Schild jetzt gerade gar nicht dabei! Oh, was hast du dann da vor dir? Das ist mein Blitzschild, aber nicht Montagne! Ah, Handy, Handy, Tobi, geh weg! Boah! Ah, verliere Blut! Echt? Jo! Hä? Wo ist denn der? Das war die Klappe, okay! Feind draußen entdeckt! Okay, okay! Hinter uns! Oh nein, das sind schon mal solche! Komm mal einer zu mir! Komm mal einer hier rüber! Oh nee! Warte, Tobi, ich hab Schild! Ja, weil die wissen, dass wir da nicht mit zurecht kommen! Dennis, komm mal mit hier! Komm mal her! Wo bist du, Ben? Ich geh mit Tobi, Mann! Wow, 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 okay! Da unten ist einer! Wo bist du, Ben? Ja, hier unten, hinten! Ich komm, ich komm! Wir können von hier unten irgendwo reingehen! Komm mit, Tobi! Lass das den Curry machen! Oh, Alter! Geht nicht die Treppe hoch, da kommen welche hoch! Achtung! Hier kommt die Treppe zu zweit! Hier rechts, Dennis! Hier kommt die Treppe hoch! Guck mal hier! Achso, hier oder was, meinst du? Ja, ja, genau, genau, genau! Vorsicht! Oh! Toll, Ben! Hast du einen Grundstube! Leute, hol! Hey! Ich bin selber im Special-Tactic-Modus hier, ja? Oh, 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 okay, Ben! Okay, da beide Treppe hoch! Ich weiß nicht, ob da Action ist, Patrick! Hallo, Ben! Hinter dir! Ich wollte das sagen! Kevin, Kevin, Kevin! Wo, wo, wo? Mitro Scheiß! Kein Tschüss! Kannst du zu mir kommen, Ben? Der ist ja weitergelaufen! Wahrscheinlich bin ich dann tot, aber ich versuch's mal! Versuch's aber! Wo ist der weitergelaufen? Ist er nach draußen gegangen, oder was? Naja, ich bin grad rechts, der ist, also hier draußen ist frei! Ah, die rennen hier unten! Gibt dir Deckung! Oh, nice, Alter! Na gut! Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf! Wo, 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 Patrick? Da wieder im Gang? Okay, okay, okay! Granate kommt! Scheiße, das war nicht... Ja, warte, warte! Fast YouTuber gekillt, man! Pst! Boah, Tobi! Die rennen da rum! Okay, der ist doch noch... Der ist doch noch in Gang, Patrick, pass auf! Mhm! Ja, wo sind die denn? Die sind ja gar nicht mehr drin! Meinst du, der ist hier im Raum, Dennis? Ja, ne? Eine Minute haben wir noch! Okay, dann, äh... Mach, mach, mach! Ich kann nicht! Leg, leg, leg! Jetzt! Komm, cover mich, Ben! Ja, Mann! Ich leg den Scheiß! Ich leg den Scheiß! Ich hab's! Sauber, sauber, sauber! Nice, Patrick! Okay, Leute! Warte mal! Jetzt müssen wir langsam runter! Okay, hier sind welche, Dennis! Sind da unten welche? Ja, ja, ja! Einfach covern, Ben! Cover dich, Kevin! Nicht facen, Ben! Die müssen kommen! Ja, ja! Boah, scheiße Headshot, ey! Ab ihm! Der kommt jetzt rein! Einfach ab-aim! Okay, wir müssen jetzt... Ich komm mal runter zu dir, Dennis! Keine Chance, Alter! Aber der liegt, der liegt! Der liegt! Ja, schnell, schnell, Leute! Weiter ist da! Ihr müsst euch beeilen! Ja, wir kommen! Go, go, go! Entschärfen! Entschärft! Einfach rein und schießen! Ja, Mann! Nice! Ja, Mann! Nice! Yes, Baby! Ja, nice, Jungs! Hu! Da habt ihr ordentlich Druck gemacht! Ja! Sehr gut! Bisschen Taktik denkt ihr da schon? Sehr schön! Sehr schön, Freunde! Alter, der geht mal so auf den Sack, ne? Ja, aber ignorieren, oder? Ja, lass die wirklich ignorieren, das bringt nichts! Ja! Guck da gar nicht hin, ne, in die Ecke und... So, ich mach ruh! Ähm... Castle, warte mal... Dann nehm ich Kapkan, oder? Takeshi's Castle! Wo wollen wir denn hin? Wollen wir wieder Maschinenraum, oder wo wollt ihr hin? Hm... Ja, nicht unbedingt! Lass mal den Serverraum nimm, Curry! Och, ich würd gern nochmal... Ja, mir ist doch egal! Ja, ist ja Maschinenraum! Nimm mal den Serverraum! Ist ja wieder unten, wo wir gerade waren! Ein sehr gay-Raum! Okay, lass mal die Aufteilung ein bisschen ändern! Äh, gut! Wobei, wobei die Aufteilung eigentlich gar nicht scheiße war gerade! Ne, das war gut! Das war echt gut! Das war schön! Als hätten wir das schon mal gespielt! Ich wär schön! Okay, gehen Tobi und Dennis hier wieder rein, oder was? Habt ihr hier, ähm, habt ihr hier Klappe oben? Achso, Westen, Westen, Westen erstmal! Ja, Westen sind gut! Ja, hey, seid einmal wieder in die Westen! Danke! Ja, ja, lass mal machen! Lass mal machen! Lass mal machen! Lass mal alles hier verstärken! Eine Drohne hab ich! Ja, ja, die Wände auf jeden Fall verstärken! So! So, jetzt lass, jetzt lass mal die, die... Oh! Warte, hier ist ne Kamera! Bei euch kommt ne Kamera rein! Ja, ja, gut dann! Ja, hier ist sie! 2A! Warte, 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 noch nicht zu machen! Ich mach mal eben hier noch n Böhmchen! Warte, warte, noch nicht zu machen! Ich mach mal eben hier noch n Böhmchen! Okay! Ne, mach die Tür nicht zu! Lass die mal los! Mach mal die Tür hier zu! Und mach dann, äh, hämmer dann Loch rein! Weil dann sehen die, äh, nirgends nicht! Und was hier? Hier oder was? Oder bei dir? Wollen wir hier auch zu machen? Ne, lass, lass! Ja, geh, geh mal raus! Okay, dann mach ich hier zu! Okay, warte! Und teilt euch auf! Hast schon noch ne Wand draus? Ubi und Dennis sind bei, äh, A und ich bin bei B! Oh Gott! Wir stellen das! Was haben wir da? Ja, da ist schon Action, Leute! Genau, aufpassen! Hast du ihn? Warum facet ihr die denn immer? Hey! Hast du ihn? Wir facen doch gar keinen Mann! Ja, warum rennt ihr denn an den Flur rum? Ich hab hier grad ne Frostfalle gelegt, Alter! Wir bewachen doch hier! Keine Ahnung, warum er... Rechts auch, Patrick! Rechts hör ich ein Schild, glaub ich! Jetzt hier, glaub ich, äh... Die schießen durch die Wand, Tobi! Pass auf! Willkommen, Vater! Eingesetzt! Ist er da? Scheiße, nein, ist keiner! Ich seh da keinen! Wir müssen hier weg, ey! Wir sind hier voll scheiße! Ja, wir sind richtig krass! Ja, dann... Geh doch da weg! Komm, wir gehen nach hinten hier irgendwo hin! Warte, ich hab den Gang schon! Kannst ruhig weggehen! Perfekt! Ja, gut! Wir müssen auf die Treppe aufpassen! Ja, ja! Dann macht einer die Treppe! Ben! Dann macht die Treppe! Tobi, der kann hier durchschießen! Pass auf, ne? Ja, locker! Sehr schön, genau! Vielleicht hab ich's ja die Wand zuzumachen, wenn du mich covers! Was meinst du, Ben? Fuse, fuse! Los! Hier, Patrick! Da hinten kommt einer! Hier! Ja? Ja, Mann! Tschüss! Das ist gut! Wie der ist dran! Nice, Patrick! Super! Ben, die Treppe! Ja, 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 ja! Hier, oder was? Der hat mich fast getötet! Die Treppe hier, Patrick! Ich hab da hinten die Seite! Hallo! Die Treppe! Hier ist auch einer, ne? Vorsicht, Vorsicht! Was, hier? Ja, ja, hier! Okay, die Tasche ist da hinten im Gang! Nein! Der hat mich, Ben! Boah! Da ist die Tasche! Äh, Sniper! Curry, was? Nein, da ist... Der ist bei euch an der Wand! Das ist gar kein Sniper! Das ist... Egal! Tobi, du kannst ja in den gegenüberliegenden Raum gucken, ne? Ja, ne, da ist ja die Tür zu! Ich seh doch nix! Es sind jetzt noch zwei Stück, ne? Wo sind die? Einer ist links von dir, Tobi! Links an der Wand direkt! Ach, hast du den bekommen, hier? Ja, 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 ja! Ja, super! Es sind nur noch zwei! Jawoll! Ja, dann oben! Okay, der andere ist hier oben, kommt jetzt die Treppe runter! Ja, lass ihn kommen! Ja, ja, ich lass ihn einfach mal kommen! Das holt ihn nicht mehr! Ja, ich geh mal hier, glaub ich, rüber! Genau! Genau! Hörste, der rennt rum! Ja, ich... Genau, das ist gut! Jetzt ein Treffer, ey! Das hat mir geil gewissen! Das nicht ablenken lassen, Leute, ne? Ja, ne! Einfach hören! Da ist er! Der Ben hat ihn! Jawoll! Super! Genau so! Super! Schöne! Tschü tschü! Komma, Alter, das machen wir! Jetzt nehm ich Montagne, ja? Ja! Perfekt! Dann können wir da, können wir unser... Good Job, Guys! Good Job! Jo! Guck mal, das war gut überlegt! Ja! Ja, das macht auch Spaß, wenn das so funktioniert! Weißt du? Ja! Und mittlerweile kennen wir uns ja ein bisschen! Ich kenn dich gut, Patrick, ey! Ich kenn niemanden, ey! Wer seid ihr? Okay, nimm auch mal Blitz hier, was, Curry? Ich bring das nicht über meine Lippen! Tobi! Nimm einen Operator! Tobi! Tobi! Jawoll, Tobi! Tobi hat einen Operator! Tobi! Was isst du denn da? Nix! Lecker, lecker! Was? Was denn Twix? Oder nix? Nix! Oder gar nix! Was isst du denn da? Hau doch raus, den Lachs da! Ah! Milka Kuhflecken, Alter! Die Milka Kuhflecken! Ey! Für eine, für eine spontane Rainbow Six-Runde! Wir könnten so geil in diese Let's Plays hier Produktplatzierungen einbauen, das würde einfach keiner merken, weil wir jedes Mal Produktplatzierungen machen! Okay, ich glaub, wir haben! Ja, unten im Keller! Maschinenraum! Oh, Nala! Du bist ja... Ne, Patrick und ich haben da, haben da das Ding, ne! Hier, die saven die Wände! Oh, die setzen die Wände unter Strom! Also, denkt dran! Oh, 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 oh! Nein, ich bin tot! Macht euch auf einen kleinen Schocker gefasst! Was hat denn? Tobi hängt halt in dem Ding fest, geil! Danke für die objektive Berichterstattung! Hä? Tobi, deine Drohne... Pass auf! Du musst da drüber jumpen, Tobi! Hä? Hä, was ist denn jetzt los? Hä? Guck, 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 guck! Achtung! Achtung! Curry! Curry! Mach einmal den Arnold Schwarzenegger, bitte! Jetzt gibts nicht mehr! Mach mal! Achso! I'll be back! Ich kann den heute nicht so gut! Oh, klar! Okay, Patrick, komm! Geil, geil, Patrick! Geil, wenn man nicht zusammenspawnt! Patrick, komm, komm! Du bist auf der ganzen... Du bist auf der falschen Leiter dabei! Ich bin bei TF hier, Mann! Patrick, hier unten ist ne Tür, Mann! Lass uns hier reingehen! Ey, Tobi, Alter! Was ist aus? Komm hier runter, Patrick, komm! Hä? Warte mal! Ich bin immer tot, wenn du in meiner Leben bist! Guck mal, das ist nämlich wieder, das finde ich geil! Weiß die Leute geben Tipps in die Kommentare und sagen, dass ich mit einem ausgefahrenen Schild auch Nahkampf machen kann, geht aber nicht! Was soll denn da? Na gut, weil die Leute... Die Kommentare darf man nicht immer was geben, das ist das Problem! Ja, manchmal... Manchmal geht's! Okay, Patrick! Ja! Genau! Ich hab die taktige... Ja, wo? Weißt du, was du vor hast? Weißt, Tobi! Soll! Einer ist direkt bei B, bei der Bombe drin! Noch ein Clan, der seine Anfangszeit steckt! Er ist heute erst geboren worden! Guck mal hier runter! Okay, hier nix! Die brauchen bis ganz unten, ne? Patrick, bist du hinter mir? Ja, aber sowas... Dann geh mal vor, Ben! Alles klar! Ja, ich bin immer hier runter, warte mal! Wo ist Ellen denn jetzt? Hä? Wieso denn da? Ja, okay! Vorsicht, Tobi! Ja, man weiß ja nie, ob doch einer lang... lauert, ne? Ja, wenn du dich gerade runtergegangen wärst, wär einfach... Egal! Hey, nice! Jo, das sind meine Freunde, Alter! Wir haben uns hier... Ich gucke... Kann sein, dass da jemand drin ist, hier in dem Gang, ich weiß es aber nicht! Warte, Tobi! Woll da mal ne Kamera rein! Ich muss mal gucken, ob da Fleisch noch mal gut ist! Ich safe, ich safe! Glaubst du Schnitzel oder was? Ja, ne! Unter die Tür, Patrick! Ich will da auf die Seite machen, das wär sehr nett! Dankeschön! Oh ja, da ist sofort einer! Okay! Einer hat dir nur Spaß! Warte, ich guck grad, ob da... Save mal die Tür, ich gucke links! Soll er wieder fallen wieder, Ben! Okay, hier ist ne Falle, Patrick! Warte, ich komm, ich komm rüber! Warte, ich hau ein, ich hau ein! Hier gehen wir runter, warte! Warte, Ben, geh weg! Boah! Brauchst du nicht sprechen? Mach das! Zack! Wir sind wohl ne Kamera! Der ist hochgegangen! Warte, Ben, warte, Ben! Warte, warte! Hier ist ne Falle, Patrick! Hier ist direkt ne Falle! Ich geh rein, ne? Ich geh rein! Ja, ja! Ja, nicht, dass er jetzt wieder runterkommt! Ja, ja! Deswegen musst du safen! Du musst aufpassen! Okay, hier die Wander ist... Bin doch allerzeit der Welt! Ja, ja, ja! Allerzeit der Welt! Ja, aber der kann jetzt hinter uns wiederkommen, ne? Ja, ja, genau! Hier ist ein Schild, rechts in der Tür! Hier ist auch ne Falle, links! Hier links ist ne Falle, kannst du schon kaputt machen! Wie seid ihr da? Der Do... Der Do... Der Dooren ist so drinnen grade, ne? Ah, wir waren drin, ey! Ja, was machen wir? Wie gehen wir weiter? Okay, ich guck gerade, hier ist Stacheldraht! Ben, genau, da ist einer! Ben, genau, genau! Da ist einer! Da oben! Da stand... Einer saß eben da unten, der ist dann hochgegangen, die Leiter! Hey, was geht ab? Ah, okay, da... Da müssen wir eh nicht hin, wir müssen hier rein! Hier rein! Ja, das heißt... Ja, spreng mal da durch! Spreng mal da durch! Ja, super! Okay, der liegt da! Warte! Warte! Okay, rein, Leute! Rein! Hier ist keiner! Hier ist keiner! Ich save die Tür! Der kommt durch die Tür! Der kommt durch die Tür von B! Hat er grad eingeschlagen! Ja, er covert mich! Nein, hinter mir! Ich kann die Scheiße nicht platten jetzt! Covert mich! Ich platte den Scheißrechner! Nice! Ich save B! Jawoll! Nice! Easy! Das war geil jetzt, Alter! Ohne Witz! Da war nur einer drinnen, das war gut, ne? Ja! Schön, Jungs! Ja! Easy peasy! Easy peasy! Wenn's mir immer so schön klappen würde, ey! Das Ding ist halt, man muss denen halt auch wirklich zugute halten! Die sind nur zu viert, ne? Ja! Aber wieso spielen wir eigentlich immer gegen vier, ey? Was ist denn da los? Ja, aber vorher waren wir so nicht zu viert! Okay, was nehmen wir? Cafeteria! Damit Tobi sie noch lecker einen Donut holen kann! Oder Cockpit! Cockpit, ne? Cockpit nehmen! Okay, Cockpit! Hammerpit! Endlich, ey! Ben, warum möchtest du denn ins Cockpit, Ben? Das ist doch wie zuhause, Alter! Ne, wieso? Was ist denn? Was steckt denn im Wort Cock drin? Äh, Cockpit! Red Pit! Äh, Co? Hä? Hä? Soll wir fragen, was in Cock drin steckt! Oh! Was ist jetzt wieder los? Boah, Frames, for the win! Okay! Alle, was ist denn jetzt gerade los? Wendesafen! Mach mal, mach mal! Na, fuck! Sorry! Ja, Potti, schieß mir alles weg! Hä? Hä? Ach, du bist das... Was hast du mir schon alles weggehalten? Weißt du, was ich geil finde? Die Leute machen schön Werbung für TS-Tower und so, ne? Und die wissen... Wobei die eigentlich wissen sollten, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Ja. Ja, das stimmt. Aber dass du das noch... Also, am besten gar nicht, äh, drauf eingehen, Curry. Wenn er in ner Werbung macht, das ist das denn. Genau. Jeden Mittwoch, 19 Uhr, live, auf frio.de. Und jeden, äh, Dienstag oder jeden Samstag, turbinator.tv. Ja. Ihr leist viel mit, ganz viel Liebe, mit ganz viel erotischen, hautenganzugenden Oberteilen. Der F. Okay. Haut eng, Alter. Haut eng, ah! Ich bleib mal hier unten. Mach mal zu hier, Tobi, ne? Hier ist A, warte mal. Ah. A ist komplett offen hier, ne? Ah, ich hab ne Idee. So, Leute, matchbar auch. A ist... A ist offen? Ja, A hier hinten ist komplett offen, Alter. Wir können da doch nicht bringen. Da kommt doch mal einer rüber hier. Ich bin noch bei A. Okay, da wird schon gesprengt hier oben. Hä? Ich bin bei B. Leute. Hier ist gesprengt worden. Der gleiche Batterie. Nein, Curry. A und B sind wie C und D. Genau. Okay, Tasche ist unten. Leute, hier ist keiner im Raum. Kommt mal bitte einer her. Äh, bin doch hier. Bin doch hier, Bronze. Alles gut. Tasche ist hier. Hier war grad die Tasche. Äh, Dennis? Ah ja. Ich mach mal wieder Mute. Ja, mach mal. Ja, du bist hier. Geh mal ein bisschen Deckung her. Da steht 100 pro einer vor der Tür. Oh, Fuse bei mir. Boah. 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 Hier, Patrick. Hier. Ja, die sind hier Leute, ne? Die kommen jetzt hier zur A rein. Ach so, da soll niemand zu A kommen. Alter, der Scheiße, Fuse. Was? Ey, wir kommen euch gleich zu Hilfe, wenn ihr jetzt nicht hier reinkommt. Hier ist aber irgendwo einer, Patrick. Auf jeden Fall. Ja, einer. Den holen wir uns gleich, dann gehen wir zu B. Äh, zu A. Okay. Hier, Dennis. Ich hab die, ich hab die Tasche. Der hat jetzt grade, äh, Mute, also meinen, äh, Störsender kaputt gemacht. Okay. Bist du das? Nein. Ich hab ne Schrotglinte. Stimmt. Aber den würd ich mir holen. Also ich hab... Die Tasche liegt hier unten. Nicht felsen, Patrick. Der muss da rein. Boah. Was war das denn? Bombe, Bombe. Ja, ja, klar. Hast du Schaden genommen, Alter? Jo, fünf. Ich hab nur noch fünf Prozent. Boah, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Fuck. Der ist unten bei der Tasche. Einer. Der hat die Tasche aufgenommen. Okay. Bleib einfach, äh, defensiv. Hier kommt jetzt einer rein. Also Patrick und ich haben B noch safe. Ja, hier ist einer. Scheiße, ich bin Hilfe gebrochen. Ja. Ey, das war mein Schild. Wo ist der Bronze? Hier. Leg dich rechts da zwischen den, zwischen die Thekel. Ben Thekel? Okay, der hat mich gesehen. Wenn der Tobi gesehen hat, ist gut. Jetzt die andere Tür. Triffst mich nicht, ne? Kommt wahrscheinlich wieder links. Warte, ich höre die ganze Zeit bei uns. Granate, pass auf. Hab einen. Jawoll. Dauber. Wo? Bei dir ja sofort. Hä? Ich glaub das ist am anderen Fenster, Bronze. Ah fuck. Ne, da nicht raus. Down. Dauber. Ich glaub da ist noch einer. Ich bin mir nicht sicher. Hinter, hinter dem Bronze? Ja, ja. Er spielt mit uns. Was auch Patrick. Hm. Vielleicht auch doch keiner. Jawoll, Bronz hat ihn. Nice. Sauber, Bronz hat ihn. Sieg? Boah, das ist halt spannend ey. Der hat echt hier grad die ganze Zeit so Psychoterror gemacht ey. Schön. Schön. Kann man, kann man so machen als erste Runde ne? Ja eben. Dafür, dass das die erste Runde ist, kann man machen. Yes ladies and gentlemen. Wir sind Bergen Bestes und ihr ist El Ruf. Ba. Wir sind Baak. Ba. Wir sehen uns in der nächsten Episode.